Ich begrüße alle Anwesenden, Sympathisanten und Akteure für Südtirol. Meine Damen und Herren, die Waggon der Identität, die Waggon der Tradition, der Sprache, der Kultur und unserer Werte ist von ganz besonderer Bedeutung. Südtirol wurde der Heimat im Rest, das wissen wir, ich bin auch fest davon überzeugt, dass sich im Laufe der Zukunft, im Laufe der Zukunft in der Geschichte unserer Länder ein Zeitfenster eröffnen wird, dass es ermöglicht, diese besten Bande, die wir pflegen, betreuen und schützen, so weit stärken können, dass die Tiroler Einheit auch in Zukunft wiedergegeben sein kann. Es gibt in einer Geschichte kein Beispiel, wo das gebrennen worden ist, was zusammengehört und wo es keine Rückkehr zur Einheit gegeben wird. Ich glaube an diese Zukunft unserer Länder, denn wir gehören fest zusammen. Wir sind keine Nationalisten, keine Chauvinisten, wir sind Patrioten, die die eigene Heimat schätzen, die Menschen unserer Heimat ehren, unsere Vorfahrt ehren, ohne davon auszugehen, dass unser Volk, unsere Kultur besser wäre als andere Völker, andere Kulturen. Wir schätzen andere Völker, andere Kulturen, die eigene Geliebnis. Das ist unser Grundsatz. Ich heiße Sie herzlich willkommen, hier im Christian Action Ballonien, die zeigt eine super Freude. Es ist ein Feuerball. Ich freue mich auf diesen Nachmittag. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Applaus